ARD Text im Auftrag von Funk Wenn ihr schneller seid, seht ihr einfach mehr Ist halt einfach so Und wenn ihr schneller arbeitet, dann arbeitet ihr einfach schneller Was ist denn eine Bruchsteinmauer? Das ist einfach wie ein Zaun, halt nur aus dem Bruchstein im Kalister Okay Das ist dann halt kein Zaun, sondern halt einfach eine kleine Mauer Die aber sich wie ein Zaun verhält Von der Höhe her Und der Möglichkeit das zu überspringen Ey Wie Böser Zombie Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Ey Okay Ey Wie mein ich denn das jetzt Wurst ihr schon glas gemacht? Ja So So einer bist du nie manch Ich muss noch Sand in den Ofen stecken Das kann ich für dich das mit Sand machen Das habe ich mir jetzt zugeworfen ne? Ich habe dir gerade vier Dinger zugeworfen Die hat Kevin in den Ofen gelassen Du kannst auch Glas färben Also Musst du halt acht von diesen Blöcken nehmen Diese Glasblöcken Die nächste gerade jeder von zugeworfen wird Und dann dazu halt Einfach eine Farbe Und dementsprechend werden dann die Scheiben Das ist eigentlich auch ganz cool So viel Depot möglich halten Hm Was ist denn wenn ich das so mache? Was ist denn wenn ich das so mache? Ich habe auch noch sechs Platz Wenn du nicht das brauchst Ja Der Tür ist immer Zwei Block breit ne? Äh Nein Ein Block und zwei Hof Aber ich baue immer Doppel-Tür Und sollte ich den so schon machen Das müssen wir nicht da so machen Geht weg ich kann nicht sprinten Das muss man hier ein bisschen ausprobieren Ich komme mir so langsam vor Wieso? Hast du kein nix mehr zu essen? Ja ich kann doch nicht sprinten Ich schleiche gerade dahin Boah sieht das beschissen aus Aber ich habe eine Idee Ich mache das so Du brennst klein Wir müssten eigentlich jetzt mal schlafen gehen Dann hat es auch zu regnen Mutter komm mal ins Bett Meist genug Der Regen ist aber angenehm Naja Finde ich nicht Los Kinder Ab ins Bett Ich bin ausgespielt für heute Ich will aber noch nicht Ich will aber noch nicht Hier sieht das mit dem Zaun echt geschissen aus Hier sieht das mit dem Zaun echt geschissen aus Hier sieht das mit dem Zaun echt geschissen aus Vier Glas was mir dahin geworfen Mhm Dann kann der noch mal 6 hinsetzen Kann der noch mal 6 hinsetzen Das ist ja super Aber dann könnte ich das hier mal testen Wissen wir gerade Mhm In meinem Haus Kevin Brauchst du dann auch noch ein bisschen essen Weil ich habe mir gerade 4 Brote gemacht Ich brauche unbedingt was Ich habe nur noch 2 2 Keulen Komm Teile mein Brot mit dir Ist er nicht süß? Oh hier ist einer mit dem Goldenhelm Aber er hat den Goldenhelm fallen lassen Nicht fallen lassen Das ist ja ungefähr von dir Ich habe immer noch 4 Brot Ich brauche noch 2 Dankeschön 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 Aber wie sieht das aus? Da sieht Kacke aus Das sieht ja mal richtig kacke aus Hm Erstmal mache ich mir eine Tür Wie mache ich eine Tür nochmal? Ich weiß wie ich eine Tür mache Das weiß ich sogar ausnahmsweise Ist egal aus welchem Stoff ich die Tür mache oder? Nein Holz Ne aber ich meine äh 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 ändert sich die Farbe? Ne ne? Äh Ich weiß es gar nicht Ich glaube Türen Doch die haben andere Farben wenn man anders weiß Ich weiß nicht gar nicht Aber wie cool Vorsicht hinter dir Creeper So So habe ich den nicht angelegt Das sagen sie alle Aha Das ist eine Birkenholztür Guck Warte 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 Ich habe kein Dirt mehr Haben wir hier genug um das zu Ja ich habe hier ganz viel Dirt Ich habe dir mein Stack reingerotten in dein Blatt Meint ihr sieht das Haus richtig geschissen aus Aber ich weiß wieso Mir fehlt was Ist äh Ein temporäres Haus Das wird demnächst geändert Die Birkenholztürren sind echt witzig aus Also erstmal hier den Bohnen zu bauen Und die Decke Oder bleibt die Decke aus Glas? Ich glaube die Decke bleibt Ne Oder bleibt die Decke aus Glas? Ich weiß nicht Naja die bleibt so Dann brauchen wir wieder ein paar Zäunchen Hm Hier machen wir dann sozusagen Swinging Pool Eingang Und hier machen wir dann selber 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Das heißt also Muss man doch so machen Habe ich noch eine Tür? Ich habe noch eine Tür Sehr gut Zack Und Die sind der Ich habe noch eine Tür Die 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 so, das sieht doch schon mal wenn man auch beschissen aus aber nicht mehr so beschissen wie vorhin das heißt, wir können das hier eben zudecken und dann machen wir die Decke was für eine Decke machen wir? was sagt ihr, Leute? ah, okay, ihr seid für so eine Decke okay, machen wir so, proben wir den ist ja so, als ob die Zuschauer unsere Gedanken lesen können da hat es auch aufgehört zu regnen kann man den Regen nicht so ausstellen? ich kann den Pärser aber den Fehler ausstellen, ja oh, das wäre ja die Frage muss man mal später gucken wie laut das im Video ist war doch mein Gedanke aber du kannst Regen auch separat leise stellen also Wetter in der Soundeinstellung einfach Option Musik und Geräusche und dann kannst du Wetter also du kannst alles mittlerweile einstellen, wie laut das sein soll okay das ist das, was die nicht mehr die Base-V-Mods erzielt hat ich weiß nicht, das kann ja noch werden in zehn Jahren bei der Standalone 25 vielleicht kommt sie immer ich glaube ich mach's doch so dann das aus du klausel mir meine Ideen ich wollte eigentlich mein Haus aus dem Leben machen aus dir diesen Ziegel stehen hey, du hast ja ziemlich coole Türen wie hast denn die gemacht? Birkenhaus okay aber durch die kann man nicht durchgucken, oder? nee, kann man nicht hallo hallo kann dich also keiner spannen ich find das ja schon ein bisschen egoistisch von euch dass ihr mir hier keinen Platz gemacht habt da jetzt selbst dran muss nochmal ich hab dir Platz gemacht wo? nee, meine Hütte da hast du so was hellblaues das ist ein Wasser ist das ist ein das ist für dein Haus bestimmt jetzt woher was los bin ich willst du sterben? ja, willst du bitte mit mir drüben jetzt sieht das hier aber so kahl aus wie mache ich denn so Fußbohnenplatten ich guck mal eben einfach in der Wiki Platte wie fern klappt halb slaps oder was? ja, ja, genau so halbe Blöcke aber drei Blöcke nebeneinander drei Blöcke okay teste ich mal ein bisschen wie Farbe testen ja ach, das fähre ich doch locker aus hier jetzt werden wir das hier zack, 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 zack Scheiße, jetzt komme ich ja nicht mehr durch Da machen wir noch mehr Leute, ich muss mich so vormachen, so weg, so und so Ich zu voll bin, um hier neue Soil zu fahren So, 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 so Hier, was keiner wissen muss Wenn wir das so, so machen So, 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 so So, so, so Okay Eigentlich habe ich immer gerne Lehmdächer, aber irgendwie passt das Lehm doch nicht dazu Wer hat mir meine Türen geklaut? Ah, ich habe die Wieso habe ich die Türen? Muka klaut immer gleich alles, ist geklaut Wer hat das geklaut? Da wird sofort der Matze beschuldigt Ich kenne das schon Ich glaube, ich mache noch ein Flachdach als Dachterrasse oder so Ich finde, da passt nicht wirklich ein Dach drauf So, 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 so So, 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 so So, so, so